Hallo und herzlich willkommen zurück zu Greenhale mit der Fenixa. Hallo. Ich habe einen Bogen in der Hand. Juhu. Ich habe meine Begeisterung damit gezeigt, indem ich erst mal zugeschlagen habe. Ja, das geht. Oh, erst mal trinken. So, ich werde mich jetzt auf die Jagd bewegen. Ich suche Steine. Ja, wenn ich einen Stein finde, bringe ich mit. Aber ich finde Maden. Das ist auch schön. Ja, da kann man auch was mit anfangen. Das gibt es doch nicht. Hier müssen doch irgendwo Steine sein. Tut mir leid, kleines Gürteltier. Ne, das ist kein Stein, das ist ein Baum. Hat gar nicht die Tatbestimmung. Ne, bestimmt nicht. Wie, jetzt willst du schlafen? Wer? Das ist dein Ernst. Das ist der Jake. Warte. Wie nehmen wir unsere Charaktere eigentlich? Meiner heißt Udo. Wie heißt meiner? Klaus. Okay. Wie unser Einhorn. Udo und Klaus. Allein im Wald. Die sind prädestiniert für eine Romantik. Ein blauer Frosch. Du kannst auf die Drauftreten und solltest sie noch nicht anfassen. Also Drauftreten habe ich bisher noch nicht gemerkt, dass das was tut. Steine, wo seid ihr? Oh, Tabak. Ich habe ja schon ein bisschen Angst gehabt, dass wir, also dass irgendwie, dass es einen Bug gibt, dass der Host nicht mit dem Bogen schießen kann. Ja, oh Gott. Oh nein, kein Platz. Hä? Achso, da muss ich. Okay, dann stellen wir mal hier her. Ach, das sind die Schweine, die hier so komische Geräusche machen. Die gehen mir vielleicht auf den Sack. Ja, das tut sie. Ich töte gleich ein paar, okay? Ich dachte die ganze Zeit, das ist ein Knurren, weißt du? Nein, nein. Die tun nichts. Die rennen nur weg. Die quietschen aber ganz töchterlich, wenn die weg sind. Siehst du? Ich habe den angepiekst. Du hast sie verscheucht. Nein, ich habe den angepiekst. Da links ist noch einer. Nicht wegrennen! Ich ziele! Er kommt zu dir! Ne, doch nicht. Hinter dir, komm hier hin! Zu spät. Gehst du bitte aus der Schweinefamilch raus. Aber ich fühle mich sehr wohl unter ihnen. Die mögen mich. Ach komm, Klaus, jetzt stell dich doch bitte nicht so an. Es ist nur eine Pflanze. Geh, Kräuter! Auch das nicht. Wie sollst du die Pfeile überhaupt da hingelegt in dein Inventar? Dieser Klaus. Da unten soll die hin! Du, Klaus, ich suche dabei Steine, ja. Okay. So. Hier lag doch vorhin ein Schwein. Warum liegt denn jetzt hier keiner mehr? Den hat sicherlich eins der Schweine aufgegessen. Wahrscheinlich. Töte sie. Ja, ich gleich. Ich habe so Angst, ey, vor diesem blöden, dieser blöde Jaguar. Das Schwein ist ziemlich dumm. Es rennt immer weg und dann rennt es wieder auf mich zu. Und dann rennt es wieder weg. Vielleicht mag es dich auch einfach nur. Schwein, bleib stehen. Ich kann nicht zielen, wenn du nicht stehen bleibst. Ja, aber ich muss deinen Kopf treffen. Da! Das war nicht der Kopf. Schwein! Ich bin ein bisschen entschissert, ne? Muss ich gestehen. Bleibst du bitte stehen, Schwein. Bleib nicht stehen. Es ist nicht stehen geblieben. Dumm als Schwein. Ich habe nicht den Kopf getroffen. Dummer Klaus. Komm erst mal wieder. Wir müssen schlafen. Also ich muss auf jeden Fall schlafen. Neben mir läuft was. Was ist das? Ich bin es nicht. Das finde ich nicht gut. Okay, es läuft aber woanders hin. Dann ist mir das egal. Hallo Frosch, hast du den Rücken gebrochen? Geh sofort aus dem Lager raus! Oh mein Gott! Komm zu mir, komm zu mir! Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Geh schnell schlafen, ich weiß auch nicht so genau. Geh schlafen, ich weiß auch nicht so genau. Äh, ich hab, äh, pass auf, pass auf, ah, renn weg! Komm hierher! Hä? Wieso bewegt er sich nicht mehr? Hau drauf! Ja, mach ich! Hau drauf! Ah! Oh mein Gott! Hau nochmal drauf! Habe gehauen, aua! Der muss nochmal sterben! Oh mein Gott! Er ist tot, er ist tot, er ist tot, er ist tot! Ich sammel den. Ja, sammel den mal. Ich brauch einen Flupass. Ich, äh, auch. Der sieht wirklich sehr hübsch aus, der Hintern. Ja, Knochen und so. Oh Gott. Das war voll gut! Jetzt müssen wir nur benannt, verband. Oh Gott, schnell. Ja, jetzt, weiß ich nicht, die richtige Taste. Ich flipp aus. Ich, äh, ich bin ohnmächtig. Ne, ich bin gestorben. Ich auch gleich! Komm, wir haben's jetzt doch gerade geschafft! Ich sterbe jetzt auch. Scheiße! Kann mich nicht so schnell verbinden, glaube ich. Ne, ich mich auch nicht, ich hab nur einen geschafft. Einen Verband. Warte, kann ich was essen vielleicht? Scheiße, zu spät. Jetzt haben wir's schon geschafft, weißt du? Oh nein, ey. Das macht nichts. Nächstes Mal. Nächstes Mal machen wir den kalt. Und dann sind wir nicht so müde. Ich war ja kurz vorm Zusammenbrechen vorher. Das ist doch voll gemein. Ja, oh shit. Ich habe alle meine Leben, meine Sachen. Warte, die liegen hier. Das sind alles meine Sachen. Gut, wo ist mein Speer? Wo sind denn meine Sachen? Da, wo du gestorben bist, wahrscheinlich. Gott, wo bin ich? Hier bin ich. Das ist kein Speer. Wo ist mein Speer? Habe ich den jetzt verloren? Ich bin doch gleich bei dir ums Eck gestorben. Wo bin ich gestorben? Da hinten. Da im Wasser, oder? Ach, hier. Ja. Ja. Hä? Wo ist denn... Da ist mein Messer. Hier sind meine Verwendung. Aber mein Speer ist gar nicht da. Dieser ausgerechnet der Speer. Das ist voll gemein. Also nicht nur der Speer. Ich habe eigentlich nichts mehr. Außer das Messer. Ja, ich auch. Wir brauchen einen Waffenstand. So wie das dann... Boah, ey. Was für ein Assier, ne? Die Tierkacke ist noch da, weißt du? Mann, Mann, Mann. Okay. Aber wir haben ihn getötet. Wir wissen, dass wir es können. Ist hier noch ein Knochen? Oder waren die auch weg? Ne, ich habe... Ich habe zwei Stück. Willst du mir einen abgeben? Ja. Wie es hier platscht hat. Patsch. Oh, scheiße, ey. Das ist doch voll gut gelaufen. Ja, jetzt haben wir keine Steine, um uns irgendeine Axt oder sowas zu machen. Das wird schon. Wir finden Steine. Kleine Steine findet man besser. Sag ich jetzt einfach. Aha. Äh... Stein. Komm, Stein, 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 Stein. Der internationale Stein-Lock-Ruf. Kennst du den? Äh, ja. Ich mache mir erstmal neue Verbände. Ich habe Verbände. Ja, ich nicht. Ach, warte, hier liegt auch noch was. Das Fleisch, das von dem Jaguar liegt hier. Na, dann ist er gut. Liegt dann vielleicht hier irgendwo noch meine... Nee, wahrscheinlich nicht. Bin ich explodiert, oder was? Was ist das für zu legen? Das ist hier überall verstreut. Du, Frosch, kannst du einmal... Danke, es ist nett. Warte. Dankeschön. Du bist nicht umsonst gestorben. So, wir hängen hier jetzt Jaguar-Fleisch auf. Dann denkt der... Oh Gott. Die tölt mich, wenn ich da hingehe. Ja, bestimmt. Ja, so funktionieren Jaguar-Gehirne. Ach so. Na, dann ist er gut. Ist das ein Stein? Das ist ein großer Stein. Ich habe einen großen Stein gefunden. Und er ruft nach dir... Ach, scheiße. Nee, ich sollte vielleicht jetzt nicht damit bauen, sondern ich sollte... Ja, warte mal. Wir finden doch bestimmt noch kleine, oder? Ich weiß nicht. Ich lege ihn mal hier daneben. Wenn wir keine finden, können wir ja dann immer noch... ... das Ding sammeln. Mann, 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 Mann. Das war aufregend. Ja. Hier so um die größeren herum müssten doch eigentlich welche sein. Was, so ein Tier? Oh, ein Frosch. Und Kacke? Oh, nee. Kacke? Das ist, äh, das... Hast du hier schon einen... Hast du schon, okay. Du hast hier einen Knochen gesammelt, oder? Aha. Okay. Ein Stock. Für einen Stein. Gut, die Larven nehmen wir auch mal. Ich habe einen weiteren großen Stein gefunden. Guck. Hm, kein Eintritt. Hallo. Hallo. Hm, wie du da langmarschiert kommst. Ich habe einen Stein gefunden. Sieht schon ein bisschen süß aus. Ne? Oh. Ich habe auch noch einen großen Stein. Das ist gut. Und noch einen. Wir brauchen nur zwei, ne? Wir brauchen zwei, genau. Okay, warte. Dann sammle ich hier die beiden Steine mal. Aber wir brauchen auch noch kleine Steine. Ja, ja, damit wir kleine Steine haben. Vier Stück brauchen wir. Und wenn wir uns noch was anderes machen wollen, brauchen wir noch mehr. Oh, Gott. Du, ich habe da was gefunden. Was denn? Eine Knochenhöhle. Wo bist du? Mit einem Stück Obsidian. Ist hier noch eins? Ich sehe dich nicht mehr. Hier war nur ein. Am Ende des Flusses. Finde mich am Ende des Flusses. Wo bist du denn? Kommst du nicht am Fluss? Doch, ich komme jetzt. Wenn du hier ganz hinten durchgehst. Ja. Gibt es da Steine? Dann findest du die Knochenhöhle. Nein, aber... Was war das? Was? Nichts. Es war einfach nichts. Ich gehe woanders hin. Ähm. Findest du vielleicht eine Knochenhöhle? Ja, du hast die ja schon gefunden. Dann willst du die gar nicht mehr finden? Nein. Na doch. Okay. Ich schmeiße die Hälfte meiner Steine hier hin. Du kannst sie ja einfach reinstecken, weil ich habe auch nur einen großen Stein gefunden. Bitte was? Steck sie rein. Wie bitte? Ich habe dich nicht verstanden, glaube ich. Steck die Steine rein. Tu es. Okay, habe ich gemacht. Ich muss mir erst mal eine Axt machen. Ich kann überhaupt nicht... Irgendwie... Warte, ich wollte den sammeln, nicht herstellen. Sammeln. Achso, genau. Ich brauche noch ein Seil. Der ist die noch ein bisschen von mir gemacht. Ist ja ein neues Seil. Ja. Ich finde, die Dinger sind sehr schnell eskaliert. Aber jetzt wieder alles ruhig. Sag doch sowas nicht. Doch, es ist alles super ruhig. Wenn du sowas sagst, wird ganz furchtbare Dinge passieren. Ganz toll ist alles super. Gleich kommen die Egos. Nein. Die gibt es hier nicht. Ich habe beschlossen gerade. Ich möchte nicht, dass es die hier gibt. Herstellen. So. Herstellen. 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 So. Das hätten wir schon mal. Brauche ich noch ein langes... Ups. Ein langer Stock. Wir haben keine mehr, ne? Na, 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 na. Ach, das Ding habe ich auch nicht mehr. Hallo. Hallo. Geht's dir gut? Mhm. Du hast eine Riesenkokosnuss in der Hand. Mhm. Aber die ist echt verdammt groß. Mhm. Und ich habe schon wieder irgendwas an meinem Körper. Nur Schönheit. Auch das. Ach, Klaus, Mensch. Ja, Udo. Ich mache dir jetzt ein leckeres Süppchen, okay? Okay. Ein leckeres Larven-Süppchen. Ja. Möchtest du noch eine Larve dafür haben? Nee, ist schon drin. Okay. Warte, wir haben noch genug Kokosnüsse, ne? Dann können wir ja eigentlich noch ein Schälchen drauf, ne? Ich klatsche hier mal noch zwei so Schnecken drauf, ne? Die geben nicht so viel, glaube ich. Das ist egal. Hauptsache, sie geben irgendwas. Es hätte aber auch noch Frosch. Wie sieht es denn eigentlich hier aus so? Ach so, das dauert ja ewig. Was denn? Bis das getrocknet ist. Ja, das dauert ein bisschen. Wie wäre es mit einer Eiersuppe? Nee, geht nicht. Komm mal kurz, guck mal. Eine Schneckensuppe kann man auch machen. Die ist vielleicht nahrhafter als... Als Schnecken-Süppel? Ja. Keine, du meinst. Ah, tut das gut. So. Ja, es sind noch eine Schneckensuppe. Und da können wir keine Nuss reinmachen. Da machen wir da noch einen Pilz rein. Ja? Oder willst du dir eine Larvensuppe haben? Obwohl Larvensuppe ist auch lecker. Gut, habe ich dir gemacht. Bäh. Was? Ach, guck mal, wir haben ja auch noch unsere Laguste. Die liegt ja auch noch rum. Ich habe auch noch einen Frosch zum Aufhängen. Ah, nein, das wollte ich nicht. Na? Komme ich ja dran? Ja, sehr schön. So, das Trockengestell hier ist voll. Das ist doch schon mal gut. Die Larvensuppe war für mich, ne? Ja. War die gut. So. Brauche ich irgendwas gerade? Kohlenhydrate wäre nicht schlecht. Ich werde meinen Bidong mal mit schmutzigem Wasser füllen. Okay. Das stimmt. Ja, dann kannst du das ja hier so... Ich esse mal eine Schnecke. Aber es funktioniert doch wasserschmutzig da. Können wir das Ei hier hin tun? Ach, das Ei können wir braten. Da bin ich ja mal gespannt. Boah, eigentlich nicht. Es gibt wahrscheinlich Proteine. So. So. Oh, Eier sind gut. Wir brauchen ja Eier. Eier. Wir brauchen Eier. So, und dann können wir ja hier das Zeug auch noch kochen und so, ne? Hier ist noch eine Laufensuppe. Die... Hallo? Schnecken sammle ich hier auch mal. So. Habe ich gestapelt. Und ich hätte dann, glaube ich, gerne... Warte, kann man... Isst man die so oder kann man die auch braten? Ich weiß nicht. Was denn? Die hier? Nee, da passiert nichts, ne? Nö. Dann isst man die so. Was? Isst du so? Die Früchte. Achso. Okay. So, ich brauch doch einen langen Stock für einen Stab. Du weißt schon. Ja, das ist lang. Einen langen Stock will sie also haben. Ja. Du auch? Ich hab schon einen. Was? Ja. Ach, Gott sei Dank. Ich dachte schon, ich hab kein Seil mehr. So. Ach, dann kann ich ja den anderen Stock... Wo ist er? Da. Dafür. Warte, dafür brauche ich aber erst noch ein Seil. Na, la, la, la. So, dann kommt wir... Wo ist er denn jetzt? Da raus. Wieder. So was machen. Es wäre, glaube ich, gut, wenn wir vielleicht so einen Vorrat anlegen an Werkzeug. Für wenn wir wieder sterben, weißt du? Wir sterben doch nicht. Nein, nie wieder. Wir haben doch jetzt Angst vor uns. Es geht, das muss reichen. Hast du da... Du hast einen Schneckenstapel, hast du da auch, ne? Ja. Okay, gut. Wir könnten dann bald irgendwann mal auch eine Kiste machen. Also bald, weißt du? Bald. Ja, ja. Was hat es denn hier noch verloren? Lag hier noch irgendwas von mir? Nee, ne? So, ich packe auch mal dreckiges Wasser in meinem Bedroh. Ach, hier sind Steine, okay. Patsch. Guck mal, wir sind schon schön weit gekommen, finde ich. Ja, ja. Wir sind schon mal gestorben. Das ist doch... Hey. Das auch. Nö, nicht schlecht. Das ist gut, ja. Das kann nicht jeder. Aber wir haben ihn besiegt letzten Endes, ne? Muss man ja mal so sehen. Eben. Also er uns dann auch, aber vorher... Aber er ist zuerst gestorben. Nö, 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 nö. Ganz genau. So, was packen wir hier in die Suppe? Ich packe mal Fleisch in die Suppe. Brauchst du immer noch einen langen Stab? Nö, ich hab's. Trinken. Willst du nicht auch dich noch zu satt essen? Warte, ich komme. Speicher mal, ja? Ja, gute Idee. Ah, wieder mit dem blöden Ding in der Hand hier. Guck mal kurz. Hier ist noch ein Süppchen übrig. Ja, das war sehr lecker. Oh nein, die Zwiebel ist verdorben. Zum Mist. Oh, kurz, meine Pilze essen. Wurde ich schlecht werden. Nö. Brauchen eine Vorratskiste. Aber zuerst war es, um Schlamm zu benutzen. Ich brauche Fett. Wir brauchen noch so viele Dinge. Ich habe Nüsse. Willst du? Nee, habe ich auch. Alles gut. Jetzt brauche ich eigentlich noch ein bisschen Fett und dann Wasser. Das ist schön. Ich bin voll mit allem. Ich auch. Ja, du hast das gemacht. Ich bin auch voll. Ach so. Okay, wo wollen wir denn? Cool, ich kann mit dir ins Buch gucken. Müsse da hinten. Ich kann in deinen Kopf und ins Buch mit gucken. Das freut mich, glaube ich. Dein Kopf ist leer. Das nicht so sehr. Ich finde es ja schöner, wenn da was drin wäre. Das ist ein besonders schönes Bild gerade. Ach guck mal, hier so ein Ding können wir noch bauen. Dann können wir mehr da drauf packen. Ach so, lange Stöcke. Ich baue erst mal Blueprints und so, ne? Ja, mach mal. Ich gehe mal Stöcke holen. Haben wir das noch nicht mit dem Betonmischer und so? Weiß nicht. Anscheinend nicht. Es hat sich gerade angehört, als wärst du irgendwo runtergefallen. Nee, ich fälle einen Baum. Ach so. Hier ist es wahrscheinlich alles. Ach, das sind wieder die falschen Bäume gewesen. Das Ding. Wie die falschen Bäume. Ja, die, die nur einen langen Stock bringen. Großer Setzkasten. Was hältst du denn davon? Ja. Finde ich, klingt sehr schön. Gut. Ach, das ist Gewitter. Dann lass uns doch hier zwischen die Bananenbäume unsere Farm machen. So? Mhm. Ja. Maler Ingo, malt ein Mühler schönes Bild. Der kommt bestimmt dann. Meinst du? So geht denn das hier nicht. Ist ja doof. Na gut, dann halt so. Hast du Samen? Das heißt wohl nein. Da, Udo hat eine Menge Samen für dich. Nein, nicht die. Ach so. Dann nein. Ich glaube, wir müssen, äh, die sammeln, die Blumskis, nicht Blumskis, die Pflanzen halt. Und daraus kriegen wir dann, glaube ich, Samen. Mhm. So, und diesen Giftpilz hier, ne? Den können wir übrigens in Suppe verwenden. Mhm. Ein Stein, der deinen Namen trägt. Eigentlich trage ich ihn. Du brauchst Holzscheite, ne? Ja. Huch, ich hab auf die falsche Seite geworfen. Ja, hier haben wir schon mal drei. Oh, noch einen hier an der Hand. Ich glaube, bis zu drei kann man tragen, ne? Ja, ich glaube, hier links oben hatte ich gerade einen Baum gefällt, aber. Da sind auch noch welche. Okay. Ja, hier. Aber hier war ich ja noch kleine, ähm, Dings. Ja. Hier mal auf. Ach, und hier braucht man, glaube ich, Bretter. Die macht man, wenn man große Holzscheite verbunden macht. Hier ist eine Krüche. Ah. So, wieder aufstellen. Hast du hier noch welche? Ja, hier drüben lag, glaube ich, nur einer irgendwo. Hier, liegt nur einer. Hier noch mal eben hier die Stocker. Aber ich habe gerade so einen langen Stock auf der Schulter. Ach, hier liegen immer noch zwei. Ich brauche lange Stöcke. Hier. Da hinten. Die macht aber was komische Geräusche. Nein. Doch. Das ist sehr gruselig. Nein, nein, alles gut hier. Okay, wenn du das sagst. Sag tot. Ich sollte erst mal einen fertig machen. Nicht alle versuchen gleichzeitig. Ich habe nur ein Brett gehabt. Warum? Achso. Da reicht auch noch ein. Ja, okay. Er gibt sie. Hier ist wieder eine Nuss. La la la. Eine Nuss. La la la. Langer Stock. Und normaler Stock. Lass uns erst mal Feuerbretter machen. Langer Stock. Dann haben wir nämlich schon mal einen kleinen und einen großen. Weißt du? Weißt du, warum aber... Ich suche immer auch diese schlimme Sachen. Warum sagst du immer sowas? Weil ich das gerne mache. So. Und was sollen wir machen, Feuerbretter? Ja, ja. Ach, jetzt bist du, die hier so schreit. Ja, ist doof, wenn man so erschreckt wird, ne? Ich habe wieder irgendwas. Ach, er fällt doch nicht. Na, was haben wir denn jetzt wieder? Achso, Quatsch. Da ist alles okay. Wieder irgendwelche Egel an den Beinen, oder was? Ja. Da ist nur einer. So, guck. Wieder besser, ne? Hier ist ein Feuerbrett, aber ich habe keinen Platz in der Tasche. Ich auch nicht. Aber ich kann das eben da ran tun. Und dann kann ich das nehmen. Und so. Dafür ist jetzt der Ständer hier fertig. Ständer ist fertig. Schön. Schön. Ne? Was für ein... Achso, den Ständer. Ja, jetzt bin ich wieder im Bilde. Und wir sollten mal schlafen. Also ich muss auf jeden Fall schlafen. Möchtest du gerne auf der Hängematte schlafen oder dahin? Ich schlafe auf der Hängematte. Warte, lass uns gleichzeitig nicht, dass du wieder hellwach bist. Okay. Und ich dann auch weiter schlafen. Und dann ist eh schon wieder Folgenende. Echt? Mhm. Okay. Drei, zwei, eins. Schlafen. Gute Nacht. Gute Nacht. Oh, guck mal. Bis halb zwölf? Sollen wir so lang schlafen? Glaube ich keine gute Idee. Wir schlafen so bis neun. Jetzt stopp. Okay. Das geht ja feinbar so schnell. Ja. Boah, ist schon wieder vorbei. Krass, ne? Oh, es regnet. Das ist gut. Dann werden die Beete doch von sich aus nass, oder? Aber wir haben ja noch nichts für da rein. Oh, ich hab irgendwas. Achso. Ich dachte, du hast was für ein Beet. Mhm. Können wir das hier? Nein. Weißt du, ich dachte... Stimme doch nicht immer so, Mensch. Ja, also ehrlich, aber ich dachte, wenn wir schon zusammen sind, dann würdest du dich um meine Egel kümmern. Ja, du zeigst mir die ja nicht. Ich würde mich sehr gerne um deine Egel kümmern. Das finde ich verstörend, aber gleichzeitig auch schön. Kann man... Nein, man muss das, glaube ich, sammeln, was man... Das hier... Ich sammle mal die Zwiebel. Auf gut Glück. Mach mal. Wie krieg ich den Samen? Unbekannte Wurzel? Achso, nö. Aber wie kriegt man denn dann Samen? Kann ich die jetzt da rein tun? Hier aus den Früchten zum Beispiel. Ich gucke mal eben aus den Bananen, glaube ich auch, aber Bananen ist ja Quatsch. Da haben wir ja hier ganz viel. Kann ich die da pflanzen? Nein. Kann ich einen Frosch pflanzen? Das stimmt. Nein, er wollte sich nicht pflanzen lassen. Ich bin so froh, dass wir die spinnen... Oh doch, ich kann das. Ah, cool. Ich kann das. Ich habe eine Zwiebel gepflanzt. Cool. Cool, cool, cool. Was brauchen wir jetzt eigentlich noch? Holzscheide oder Holzbretter? Wir brauchen keine Scheide. Wir haben uns. Brauchen wir noch Feuerbretter? Ja. Okay. Aber wir brauchen beides tatsächlich. Na toll. Ja, das kann ich doch nichts für. Hier liegt noch ein Feuerbrett. Na toll. Mhm. Aber ich kann es nicht tragen. Warum nicht? Weil ich schwach bin. Wo ist es jetzt hin? Guck mal, hier ist eine Zwiebel drin. Wo ist es hin? Ich weiß nicht. Guck mal in der Zwiebel beim Wachsen zu. Das ist auch eine schöne Aufgabe. Hä? Achso, jetzt ist sie weg. Ich habe eine unbekannte Frucht. Wo ist denn deine Zwiebel? Möchtest du gerne mal eine unbekannte Frucht essen? Ja. Nee, da wächst die. Achso. Doch, die kannst du essen. Warte. Würde dich niemals nicht vergiften. Hast du nicht auch so eine? Ja, die habe ich da drüben hingelegt. Achso. Kannst du mal weggucken von der Frucht? Achso, Entschuldigung. Da darf man nicht dem anderen beim Essen zugucken. Nein, wenn ich mir so ein großes Ding in den Mund schiebe, kannst du nicht einfach zugucken. Aber ich dachte, wir wären Freunde. Wir sind viel mehr als das. Und dann darf ich dir nicht beim Reinschieben zugucken. Oh, guck mal hier. Unbekannte Blume. Blume nehmen. Ah, zu spät. Aus der Blume kommt die Frucht, aber wenn du die Blume isst, dann wirst du krank. Na, toll. Also, du kannst sie gerne mal essen, wenn du möchtest. Ist jetzt nicht so empfehlenswert, weißt du? Ne, da habe ich jetzt auch gar keine Lust zu. Jetzt ist Folgenende. Ja? Geht sofort? Äh, ja. Wir sind bei 36 Minuten. Immer noch? Ja. Du musst die zerstören, sonst bleibt die für immer hier liegen. Ja, lass sie doch da liegen. Vielleicht gefällt es dir da. Na gut. Vielleicht wächst dann neue draus, ne? Okay, dann gehen wir jetzt zu ihm. Außerdem kann ich sie nicht zerstören. Achso, doch, ich muss erst bestätigen. Okay, ich habe sie zerstört. Wegen dir. Ich dachte, du willst sie liegen lassen. Es wäre die schönste Blume aller Zeiten gewesen, aber du wolltest ja unbedingt, dass ich sie zerstöre. Nein, du hast gesagt, du machst das. Kann ich nichts für. Nein. Kannst du wohl. Nein. Kannst du wohl. So, hier neben unserem Fleisch, können wir es schön sagen, ja? Okay. Hier so? Okay. Wollen wir vorher nochmal speichern? Kommen wir danach noch machen. Okay. Okay. Maler, Ingo. Tschüss. Tschüss.